ja herzlich willkommen wieder bei grovi tv unserem youtube kanal wir haben ja in den letzten monaten immer wieder videos bekommen wir würden doch gerne noch mehr sehen von den wohnzimmern der kunden und was sie da sich so für lösungen einfallen lassen um ihre technik um ihr heimkino erlebnis oder um einfach nur toll musik zu hören ja optimal zu gestalten und auch optimal unterzubringen da haben wir uns natürlich das ganze nicht zweimal sagen lassen und wir haben einiges vorbereitet und jetzt bin ich mir froh dass das termin nicht auch mal geklappt hat dass ich nämlich bei frank bin und der frank hallo erstmal dass du uns eingeladen hast der frank ist ein guter alter kumpel und freund von uns und er hat sich jetzt dieses wunderschöne schmucke eigenheim gekauft und hast dann überlegt wenn das jetzt schon meins ist damit ich das jetzt direkt richtig machen wenn es um unterhaltungselektronik geht richtig genau und was waren so die anforderungen jetzt gerade im wohnzimmer was wolltest du machen ja die größte anforderung ist eigentlich gestellt worden durch meine frau also ich durfte mich frei austoben halt man durfte nur keine kabel sehen die technik sollte so gut es geht eigentlich verschwinden entweder in der wand oder hinter irgendwelchen vorrichtungen halt die man sich hat einfallen lassen und ja dementsprechend ist das heute die lösung die ich mir einfallen lassen die wir ja dem breiten publikum heute zeigen wollen ja wir haben das ganze nämlich uns mal im rohbau angeschaut roh ist gut wir haben das ganze das war fast entkernt sag ich mal hier waren tapeten alles runter die glatte nackte wand und das so ungefähr wo der stromkabel gelegt worden ist und das war es dann aber auch und allerdings darum dass wahrscheinlich ganz schnell entschieden worden weil das sei der fernseher hin sollte genau aber da ist ja schon so ein punkt wenn man jetzt von der terrasse schaut also würde man direkt die ganzen kabel alles sehen und bei dem fernseher und dann gab es die idee doch vielleicht mit einem vorbau zu arbeiten ganz genau ganz genau wir haben uns jetzt hier für ein für ein steropor hart steropor entschieden der 22 mm rausbaut wird normalerweise eingesetzt halt um außenwände von häuser zu isolieren das haben wir hier ein bisschen missbraucht haben die form entsprechend vordefiniert haben es an die wand geklebt das ist mit faser struktur verstärkt man an der seite so dass man saubere kanten bekommt und dementsprechend auf die größe des fernsehers dann angepasst ja jetzt hast du auch direkt meinen lieblings wandhalter verwendet nämlich den den man mit dem kleinen finger rausziehen kann weil da schon mal der wunsch war auch schon mal von der terrasse aus abends beim fußball etwas zu sehen etc und das habt ihr jetzt auch in den letzten tagen denke ich mal gemacht ganz genau richtig wenn das wetter zugelassen hat halt klar den grill an fernseher geguckt die europameisterschaft die spiele genossen die man genießen konnte bis auf italien und somit hat man halt eigentlich einen schönen blick hat auch von der terrasse auf den fernseher gehabt und ja hat also wunderbar geklappt das ist ein 50 zoller das ist ein 46 zoll 46 okay gut alles klar 50 zoll in ausmaßen gut aber selbst ein größerer könnte ja noch rein und dann genug luft ist da gelassen eine Nummer größer gelassen hat also die abluft hier jetzt auch von der wärmeentwicklung her wir haben es mal geprüft also ist nichts passiert und die kabel nach hinten durchgeführt ja und dann ist die ganze technik hier vorne untergebracht da ist ein machen verstärker einen kleinen kompakten aber ziemlich dreien sage ich immer dazu der für die wohnzimmer größer denke ich mal die richtige dimensionierung halt man sollte auch nicht über das ziel hinausschießen somit ist es denke ich mal preis leistungsverhältnis und auch für die größe halt denke ich mal eine sehr gute lösung gewesen gut dann haben wir säulen hier die säulen lautsprecher sind direkt angebeschlossen von modern short in dem fall und dann hast du hier deinen router und ein solosystem hast du auch richtig haben wir auch und ja das ergänzt natürlich halt im prinzip die ganze palette der unterhaltungselektronik die musik aus dem internet halt lässt keinen wunsch offen halt die neuesten alben sind schnell verfügbar man kann musik hören rund um die uhr und man hat keine riesigen cd hätte ich jetzt nicht besser sagen können du bist total begeistert die ganze family muss ich sagen von klein bis groß jetzt war es aber so als du dann hier angefangen hast es umzubauen und ja da gab es natürlich überlegen was machst du mit den leutsprecher für hinten denn die solltest du ja nach möglichkeit nicht sehen ja die große anforderung meiner frau war halt wie gesagt keine boxen keine kabel sollte so wenig wie möglich halt überbleiben oder nicht zu sehen sein ja und dann gab es einen ganz guten tipp von dir und den haben wir ja auch umgesetzt wir haben also lautsprecher verbaut in einer wand die nachher übertapeziert wird und ja man hat im prinzip wie die kinder hier auf der straße sagen sprechende wände das schauen wir uns jetzt mal genauer an also hier ist eigentlich eine übliche situation was die sitzecke angeht man hat eine wunderschöne sitzcouch aber eben direkt an der wand und jetzt geht's los wo kann ich hier die lautsprecher unterbringen ja und da hast du schon gesagt das war ein absolutes no go man sollte sie eigentlich sehen richtig ja es gibt die möglichkeit auch das haben wir jetzt in den letzten monaten schon mehrfach demonstriert diese wunderschönen wand einbau lautsprecher nur als wir dann gesehen haben wie die wand nachher mal aussehen sollte naja machst du jetzt also diese wand einbau lautsprecher dran dann hat man fast das gefühl dass in lüftungsgitter ja das sieht jetzt nicht so schön aus auch wenn die gut bei schmal sind in dem bereich aber hier bei dieser wand wirkt es einfach nicht und da gab es dann die idee mit wand einbau lautsprechern zu arbeiten ja was hast du alles gemacht da gab es dann die sonderen wir haben es mal mitgebracht von stealth acoustics das sind ja die hier das ist jetzt mal so ein originales stück so sieht der dahinter aus genau und wie musstest du vorgehen ja als zubehör gab es dazu noch eine einbauvorrichtung in form einer box kann man sich vorstellen wie ein schuhkarton aus holz den man im prinzip in die wand halt einlassen muss komplett das ist jetzt eine außenwand die die hast du zur garage hin mit einer dahinter liegenden garage halt also man hat im prinzip war mauerwerke ja ich schütze oder es müssen so 200 mm sein die man als außenwand stärke zur verfügung hat was hast du raus kloppen müssen wir haben in der tiefe 120 mm 128 mm herausgenommen okay damit halt diese box halt auch wirklich passgenau mit der vorderen flucht der wand halt passt und dann hast du den rahmen eingesetzt dann haben wir den rahmen eingesetzt es ist eine eine musterplatte oder eine frontplatte als muster aufgebracht die man auch für die komplette montage benutzen kann wie hier ist ja auch so eine schablone dann ganz genau so sieht das in etwa aus die wird eingebaut diese diese schabloni ist auch auch eine entsprechende anleitung mit mit dabei und die muss komplett versenkt werden wird dann auch verspachtelt so dass halt die übergänge fließend sind dass man also nichts erkennt von außen und dann kann man diese musterplatte im prinzip abnehmen und dann den original lautsprecher einsetzen der dann genau passgenau mit der oberfläche der wand übereinstimmt so wie man sieht der lautsprecher hat eigentlich alles das was man so von lautsprecher kennt frequenzweichen ein dickeres magnet ist dort dabei aber und das ist das interessante nachher wenn das ganze geschlossen wird und dann bin ich sag ich mal zu der zum rest der wand verputzt wird das muss man berücksichtigen aber musste die eigentliche membranfläche im spezialputz glaube ich angehen ganz genau also wir haben jetzt die eigentliche membran am anfang freigelassen haben also nur den randbereich verputzt dafür gibt es einen speziellen feinputz der auch für die kompletten räume hier benutzt worden ist das ist ein ein feinputz den man auch für diese speziellen tapeten form jetzt hier benutzt das ist eine glattvlies tapete die also sehr hohe anforderungen sage ich mal an den untergrund stellt damit die auch schön aussieht somit konnten wir diesen putz halt auch gleichzeitig dafür benutzen halt um die entsprechenden boxen hier in der wand verschwinden zu lassen und plan zu putzen das war das gleiche material und das heißt nachher hast du also diese oberfläche mit diesem material mit diesem neuen putz dann entsprechend versehen so dass wir auch wirklich ja überhaupt null kontur kante irgendwas erkennen können sie nicht wirklich nicht gar nichts man sieht gar nichts also man hat wie gesagt man hat im prinzip eine sprechende wand die auch im anschluss daran über tapeziert worden ist auch zweimal übergestrichen ist und man hat einen absolut super tollen klang ja also die nachbarkinder sagen schon du hast die sprechenden wände hast du vorhin erwähnt richtig aber der hat sprechende wände und die später müssen jetzt alle gucken kommen ja das ist doch gut so die frauen auch wahrscheinlich dann ne je nachdem schauen wir mal also zu den lautsprecher selber wir haben es ja mal hier dann natürlich uns jetzt mal genauer angeschaut und man muss sagen also handwerklich super gemacht wenn da fragen sind hätten wir gerne weiter aber was wirklich das imposante ist man merkt wirklich überhaupt nicht dass dort lautsprecher in der wand sind die verputzt sind man merkt das nicht am frequenzgang gar nichts das ist ein so klasse rundum klang eine solche dynamik ist da drin ich denke mal dass diese technik sich immer mehr ich sag mal durchsetzen wird man muss es natürlich vorher planen wie weit die möglichkeit besteht diese tiefe aus der wand raus zu kloppen denn das sind schon wieder 13 zentimeter ungefähr 13 zentimeter ist nicht gerade wenig aber das endergebnis ist gigantisch man kann es natürlich auch mit allen fünften machen man könnte wirklich alle fünf verstecken wäre überhaupt kein problem am verstärker selber ist jetzt nicht so die wahnsinns neue anforderungen für gegeben damit hier ein relativ kompaktes gerät von marans was wir natürlich auch noch berücksichtigen ist deshalb oder wir haben einen schönen kleinen energy subduber hier eingesetzt der ordentlich noch mal dampf machen kann das heißt die family alle sind total happy und fühlt sich auch wohl hier und musik läuft hier von morgens bis abends die läuft von morgens bis abends wird ausgenutzt halt und wie gesagt halt sprechende wände das ging hier schneller rum als ein lauffall hast dich gut bekannt gemacht richtig super frank ich danke dir wünsche dir weiterhin viel spaß schöne zeit und wenn ihr fragen habt zu dem thema jederzeit bitte anrufen e mail oder vorbeikommen bis dann tschüss tschüss bitte anrufen bitte anrufen bitte anrufen bitte anrufen